Am 27.11.2021 ist es endlich soweit. Der Malachi-Tag in Bielefeld geht an den Start. Wir wollen alle ganz herzlich einladen, sich auferbauen zu lassen, einfach Gemeinschaft zu haben unter Gottes Wort. Die letzten über 20 Monate waren nicht einfach für uns als Gemeinden. Es wurde uns so mancher Stein in den Weg gelegt. Und wir wollen uns an diesem Tag ganz neu besinnen, was unser Auftrag ist. Deswegen haben wir auch das Thema gewählt, Gemeindebau jetzt erst recht. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen in Gottes Wort hineinschauen, was es uns zu sagen hat. Und wir wollen auf Jesus Christus schauen, der der Herr der Gemeinde ist. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und laden alle ganz herzlich ein. Wir würden uns freuen, wenn wir uns am 27.11. in Bielefeld sehen. Bis dahin.